Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 16.05.2023. Es ist 7.33 Uhr und ich mache mich heute wieder auf den Weg ins Büro. Gestern habe ich von zu Hause aus gearbeitet, das war ganz angenehm. Gestern haben wir auch ein bisschen in Darkest Dungeon 2 reingeguckt, das war auch ganz schön. Und das haben alle überlebt bis zum Ende des Streams, drei Stunden gestreamt und irgendwie ist keiner draufgegangen. Und wahnsinnig ist auch niemand geworden. Bin ich vielleicht doch nicht so schlecht, wie immer alle denken. Ja, dann habe ich gestern noch mit Arni und Buff und dem Leon ein bisschen Elite gespielt. Also gespielt, Handelsmissionen abgeschlossen. Wir haben, glaube ich, gestern 4, 5, 6 oder 7, glaube ich sogar, 750 Millionen Quests abgegeben. Und das waren nochmal 350 Millionen für alle Beteiligten. Und jetzt schwimmen alle noch mehr in virtuellem Geld und wir müssen demnächst mal eine Schiffausbau-Session machen mit dem Buff und dann mit dem Leon. Der hat jetzt auch so viel Geld, dass er sich eigentlich ein neues Schiff holen kann. Ja, ansonsten Kuchen habe ich gebacken noch. Einen Eierschecke-Kuchen für die Arbeit. Heute ist wieder vor Ort Termin. Mal gucken, wer alles kommt. Also letzte Woche war die Aussage, wenn die Bahn streikt, müsst ihr natürlich nicht reinkommen. Jetzt ist der Streik abgewendet, aber irgendwie fahren, fährt zwar die deutsche Bahn, aber Odec und Co. fährt, glaube ich, nur eingeschränkt bis gar nicht. Und ja, dann müssen wir dann mal gucken, wie viele denn heute da sind. Ich habe eine Eierschecke gebacken. Ich glaube, Selcan bringt auch was mit. Und dann gucken wir mal, wie viele heute überhaupt im Büro sein werden. Und ja, gebt doch schon wieder den Hubschrauber ab, oder? Vom Verteidigungsministerium. Ja, Selensky war anscheinend wirklich beim Verteidigungsministerium, weil die Fotos, die ich im Netz gefunden habe von seinem Berlin-Besuch, sehen danach aus, dass er vielleicht wirklich in einem der Hubschrauber saß oder mit dem Auto hingefahren wurde. Ich weiß es nicht, aber zumindest war er zu sehen mit dem Herrn Scholz. Ja, ansonsten arbeiten heute. Ich habe heute einen Sack voll Termine, sechs Stück. Zwei habe ich übernommen für Kollegen, die da selber nicht daran teilnehmen können, also ersatzweise, vertretungsweise. Und vier sind eigene Termine. Und dann ist auch schon wieder um 17 Uhr oder so, 16 Uhr. Und dann gehe ich nach Hause. Und heute ist wieder der Plan, ein bisschen Darkest Dungeon zu spielen. von 16 Uhr nicht, von 17 bis 19 Uhr. Mal gucken, vielleicht mal auch bis 20 Uhr. Mal schauen. Ja. Und dann mal gucken, wie der Tag so wird. Warm wird es heute? Naja, es ist nicht kalt, sind irgendwie 15 Grad, die es heute werden. Aber man merkt halt, durch das bedeckte Wetter, durch die Wolken und keinen blauen Himmel, bleibt die Wärme aus. Und gestern hatten wir irgendwie 23 Grad, heute sind es nur 15 oder 16, wird auch nicht die Sonne wirklich durchkommen. Ja, ich glaube, ich gehe trotzdem nur in Hemd, weil regnen wird es halt nicht, oder? Mal kurz hier aus Handy gucken in die Wetter-App. Warum bin ich denn in der Buxtehude? Da bin ich doch erst am Wochenende. So, 9 bis 17 Grad heute. 11 Grad haben wir gerade. Bewölkt, bewölkt, bewölkt. Keine Sonne, keine Sonne. Oh, das ist den Rest der Woche. Bis nächsten Montag? Soll es so grau und grau bleiben? Oh. Oh. Aber dafür wären es Montag 26 Grad. Bei dem Wetter. Ach, du glaubst es nicht. Gut. Also, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, heute Nachmittag wieder beim Stream. Oder dann morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss.